Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege. Wir sind jetzt zurück am Start, wieder im Doppelpaket. Moin. Servus. Und wie immer geht's direkt rein ins Ranked. Let's go. Okay, ich tu das jetzt für dich, Jan. Wenn jetzt Skyscraper kommt, bin ich gebrochen und geh fullmute bei Discord. Okay, du hast mein Segen. Oh, bitte. Ja, das ist schon mal gut. Komm, Bank würde ich nehmen. Boah. Okay. Aber auch wieder der First. Ist super, ja. Es ist okay. Komm, ich probiere Feenrier. Teenager, Alter, glaube ich. Was? Also quasi vorgestern. Alter, du hast mich gerade absolut überrascht. Das was? Jan Ex ist doch. Ah fuck, jetzt habe ich von hier so lange rumgequasselt und so, jetzt habe ich gar nicht meine Feenrierdinger platziert. So, Kasper. So, du mal. Du setzt mich jetzt hier hin. Komm, mach die Scheiße an. Oh, mach die Scheiße doch an. Ebenfalls die linke Maus rauskommt. Eins kann ich noch aktivieren. Oh Gott. Ja, wir peiken mal. Oh. Ich guess das war ein O-Star und Ace. Ein Strong. Sehr schön. So will ich das sehen hier. Da ist er, der Goldspieler. Ja, da ist er doch nicht. Weil ich bin schlecht. Und ich glaube, das ist auch dein Ziel. Könnte natürlich auch gemovt sein. Das ist kein Problem. Das war der Lion. Bei dir ist Clear, ja? Gut. Hier im Bad ist, glaube ich, noch jemand drin. Barthroom Clear. Pass auf, da ist ein Claymore drin im Barthroom. Letzter ist oben. Der Florist dann. Ich habe hier Stairs im Blick bei uns direkt. Geiler kommt hier, Stairs. Stairs. Sehen nicht mehr. Scheiße. Ach, der holt mich. Die könnte ich rausschießen, theoretisch. Aber... Nice. Alter. Nice. Du hast ihn auch vorher getroffen. Aber, aber schon ein bisschen Glück. Wir dürften, ich glaube, sogar verschwinden. Okay, du hast noch ein bisschen Stress oben. Ich bin maximal überfordert. Ich sehe auch nur deine Silhouette hin und her rennen hier. Ach, schade. Ja, der Fuse hat mich. One in the hallway. Black, black, black. A few Bugs sind klasse. Wäre schon richtig geil, wenn ich ihn mal erwischen würde, ne? Aua. Aua. Letzter ist oben dann. Ja. Der soll bloß safe spielen. Macht Hedge auf. Alles gut, der muss einfach nur Zeit rausholen. Na dann. Schafft der Fuse nicht mehr. Jawoll. Alter. Wir haben ja so ein Mute noch. Ja, ein Mute. Aber ein Mute habe ich eben hier. Geht auf. Das Ding geht auch durch, glaube ich. Ja. Ist auf. Das gibt es nicht. Ich sehe den Meister, aber ich komme da nicht dran. Ja, bitte komm doch hier raus. Das war Glück. So, jetzt aber. Wir sind die letzten beiden, sehe ich gerade. Alter. Wenn du so weitermachst, ja. 2-2. Warte, ich fahre mit meiner Drohne. Warte mal kurz. Ja, ich schieße auch mal eine Cam inside. Hör mir aus, die ist direkt bei mir. Ja, die haben ja immer Astro Cam, die können mich halt sehen. Einer ist unter dem Big Window hier, bei mir. Ja, wir sind unlucky. Fuck, den hätte ich haben müssen. Ja, der Rook liegt im Howway. Howway? Er ist im Howway, ja. Redping. Ich redping dir den durch. Der geht hinten Richtung Printerszess. Du kannst theoretisch mit dem Plan anfangen. Ich sage dir, wenn er pusht. Ich kann den ganzen Howway sehen. Okay. Kommt wahrscheinlich, ne? Er hat es nicht gehört, jetzt kommt er langsam. Ja, er kommt, 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 kommt. Wir redpingen dir den durchgehend. Ja, gedowned, gedowned. Gedowned, geh hin, sonst holt er sich hoch. Geht genau auf, ping. Good shit. Well played. Ich habe nicht mitbekommen, dass der gedowned war. Sehr schön. Well played, GG. Schöne Runde. Leute. Du hast mich sogar noch überholt. Ey, ey, ey. Ich war die ganze Zeit erster. Richtig geile Runde. Leute. Wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge Rainbow Six Siege gefallen hat. Wir sind jetzt bei der nächsten Folge wieder. Schaut erstmal gerne auch noch bei Koyoskanal vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Peace out. Out.